Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei ArchieGaming Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad-Bending-Challenge, ihr könntet ihr sehen, die Showdown-SBCs sind wieder zurück. Es geht um die erste FUT22, FIFA 22 Showdown-SBC, die wir uns heute im Detail anschauen. Ist sie top oder eher flop? Außerdem haben wir eine kleine, feine Puzzle-SBC am Start und da gibt es tatsächlich ein 50K-Set. Das müssen wir uns natürlich ganz genau mal anschauen. Das gucken wir uns im Detail an und bevor wir rein starten in das Video, wisst ihr Bescheid, Support ist kein Mord. 500 Likes, das gebe ich euch hier als Ziel raus. Ich weiß, dass ihr es auf jeden Fall schaffen könnt. Lasst mich gerne wissen, was hattet ihr im 50K-Set drin? Wie findet ihr die Showdown-SBC? Wir sehen ja hier schon mal das neue Karten-Design. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice aus. Ein bisschen leicht abgeändert und ich finde es auf jeden Fall viel besser. Sehr, sehr nice. Die 2 da am Start auf der linken Seite für FIFA 22, das S für die Showdown-Geschichte. Ich freue mich sehr drauf. Und bevor wir rein starten, das Video, wie gesagt, Liebe da lassen. 5 oder 3, ich gebe euch das Ziel raus. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen. Das Ganze ist kostenlos. Wir sind kurz davor, die 50.000 Marke zu knacken. Lasst uns das dieses Jahr auf jeden Fall noch machen. Teilt das Video mit euren Freunden und jetzt eine ganz wichtige Information. Für die Leute, die heute das Mittag-Video noch nicht gesehen haben, holt es sehr, sehr, sehr gerne nach, denn da sind zwei Big Team-of-the-Group-Stage-Karten rausgekommen. Es war komplette Eskalation. Gönnt es euch oben rechts auf dem i oder am Ende dieses Videos. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Und für die, die es noch nicht wissen, erkläre ich euch natürlich auch heute erstmal die Showdown-SBC. Also, da heißt es, der Foot-Showdown geht wieder los. Wir haben aus bevorstehenden realen Fußballspielen einen Spieler beider Teams ausgewählt. Die Spieler sind jetzt für kurze Zeit über Squad-Planning-Challenges. SPC ist verfügbar. Der Spieler des siegreichen Teams erhält einen Werte-Boost von plus 2 Gesamtrating. Bei Emremie erhalten beide Spieler Items einen plus 1 Gesamtrating-Boost. Der erste Foot-22-Showdown ist jetzt live. Schau ihn dir im SPC-Abschnitt an. Ja, genau das werden wir natürlich machen. In den Zielen ist heute nichts Neues rausgekommen. Das heißt, wir können straight reingehen. Ich rechne morgen mit einem kleinen, feinen Mini-Release. Wahrscheinlich drei oder vier neue Karten kommen bestimmt dazu. Wäre auf jeden Fall mega nice. Und dann natürlich auch morgen oder übermorgen Upgrade-SBCs. Das wird auf jeden Fall komplett eskalieren. Falls ihr dazu welche beistellen wollt, wisst ihr Bescheid. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Twitch.tv-archig-gaming. Da sind wir täglich online. Es geht um Niklas Süle und Gera Piquet. Sie waren wieder geleakt worden, Freunde. Man konnte nicht dran vorbeikommen, wenn man bei Twitter unterwegs ist. Und wenn ihr uns da folgt, dann habt ihr auf jeden Fall auch gesehen, was ich durch den liegen SPC-Grind gezogen habe heute. Unter anderem auch ein Team of the Group Stage. Also, Niklas Süle und Gera Piquet. Die beiden auf jeden Fall am Start für zwei Tage. Und ich würde sagen, wow, 80 Tempo. 83 Tempo. Boah, der Tempo-Boost ist real, Freunde. Das sind zwei Segmente. Wir fangen mal mit Piquet an. 1,94 Körpergröße. Gut. Über das Tempo können wir jetzt gar nichts mehr sagen. Es ist eine weitere Alternative für einen Bomben-Innenverteidiger. Da können wir nichts gegen sagen. Und Süle wahrscheinlich ähnlich. 1,95 Körpergröße. Ein riesen 85er-Reaktion. Ein bisschen schlechter. Aber gute Physis- und Def-Werte. Genauso wie das Tempo, die Aufteilung. Alles klar. Dann gucken wir jetzt mal, was die kosten, die beiden. Also, Taktik-Kopie. Ein Team of the Week mit 84er-Gradient-Squad und ein 86er-Gradient-Squad. Ist okay. Ist okay. Was war es für Teamschmied? 70 und 65. Okay. Und hier haben wir Süle am Start. Anfällig für Verletzungen. Gucken wir hier mal rein. 84er auch mit dem Team of the Week. Und auch ein 86er. Also, das sind tatsächlich die gleichen SBCs. Da nehmen die sich beide nichts. Und ich meine, wenn ihr natürlich... Boah, jetzt haben wir noch einen weiteren in der Bundesliga, Freunde. Neben Upamecano und so weiter und so fort. Wir gucken uns gleich bei Football natürlich die Stats einmal an. Aber falls ihr natürlich einen Bundesliga-Squad habt, euch Innenverteidiger gerade primär noch fehlen, dann geht auf ein Süle und ein Piqué. Wenn ihr La Liga beispielsweise seid. Und eines dürfen wir natürlich nicht vergessen, Freunde. Es geht hier jetzt um die UCL-Partie. Bayern gegen Barcelona. Ja, also, Xavi gegen Nagelsmann. Im Normalfall würde man sagen, Bayern gewinnt. Aber jetzt mit Xavi könnte es vielleicht auch sein, dass Barca gewinnt. Nichtsdestotrotz, wenn wir eins nicht außer Acht lassen, die Boosts sind noch nicht aktiviert. Also, wenn die jetzt unentschieden spielen und jeweils 89er-Karten haben, dann sehen die nochmal viel, viel besser aus. Und wenn einer von beiden ein Plus-Zwei kriegt. Ach, du Alarm, Freunde. Das könnte geisteskrank werden. Gucken wir uns gleich im Detail auf jeden Fall bei Footbin an. Das müssen wir uns einfach anschauen. Und dann haben wir die Erobere den Platz. Eine kleine, feine Puzzle-SPC, die absolut, so wie ich es bis jetzt gesehen habe, Wahnsinn ist. Seltenes Spielerpack, Untrayed. Das heißt, wir haben Mindestrating am Start. Oh mein Gott. Freunde, wir gucken rein. Was müssen wir abgeben? Okay, 80er gerateter Squad. Teams spielen mindestens 95. Seltene mindestens 5 Spieler aus dem selben Land. Maximal 3 Spieler aus der selben Liga. Maximal 5. Also, ein bisschen tricky ist es dann doch. Und dann haben wir Vereine mindestens einmal 6. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt rein. Was können wir abgeben? Wir gucken mal rein vielleicht in die La Liga. Santander. Dass wir da vielleicht die Offensive machen können. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das könnten wir sogar sehr gut machen. Vielleicht sogar die Defensive sehe ich hier gerade. Vielleicht sogar die Defensive oder linke Seite. Gucken wir mal gerade rein, was Torwart bedingt, wie es aussieht. Und Sturm bedingt. Wahrscheinlich gehen wir eher in den Sturm, Freunde, oder? Nehmen wir mal Morales. Gehen wir mal auf die ZM-Position. Nehmen Carlos Soler. Auf der anderen Position Coquelin. Auf der linken Seite. Gern in Le Mar. Hätte ich tatsächlich gar nichts gegen. 95 Teamschmien natürlich am Start. Boertas nehmen wir hier mit. Ich glaube, wir gehen hier tatsächlich mit Coquelin, Freunde. Dann sind wir hier. Rating-mäßig auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und nehmen Le Mar mit auf der linken Seite. So. Fünf. Ja. Oh, Vereine mindestens sechs. Okay. Das sollte man auf jeden Fall hinkriegen. Und dann gucken wir jetzt mal hier rein. Zum Beispiel natürlich die französische Nation. Ich würde sagen, ich fülle das eben aus. Und wir sehen uns dann hier gleich wieder. So, Freunde. Da ist das Ganze jetzt ausgefüllt. Vorne sind wir mit der La Liga gegangen. Achtung. Maximal drei aus der gleichen Nation. Das heißt, drei Franzosen. Wir haben drei Spanier genutzt. Sind dann unten in die Serie A. mit Bakayoko im Mittelfeld. Der das Ganze connectet. Auf der linken Seite dann zwei von Napoli. Mario Rui und Bramani. Oder Bramani mit zwei R tatsächlich. Auf der rechten Seite Mancini. Und dann Balotelli aus der türkischen Liga. Er ist hier komplett out of position. Liegt daran, dass ich hier komplett Erstbesitzer habe. Das Ganze könnt ihr nicht 1 zu 1 nachbauen. Aber natürlich vom Schlüssel her. Könnt ihr die SPC nachbauen. Heißt, ihr geht vorne in einer Liga. Guckt dann in der Mitte nach einem Verbindungsspieler. Geht unten in eine Liga. Und dann natürlich schauen, was habt ihr im Verein. Nutzt die Serie A. Nutzt die Premier League, wenn ihr ganz viele davon habt. Die La Liga. Geht in die Hauptligen. League Orts zum Beispiel. Das, was ihr im Verein habt, nutzt ihr. Im Idealfall, wie gesagt, erst mal zwei Ligen. Heißt bei mir jetzt Serie A. Und dann oben die Spanisch-Liga. Und auf der rechten Seite Balotelli dann, wie gesagt, als Lückenfüller. Wir kommen aufs Rating. Nehmen das 50k-Set. Aber sowas von mit. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Er obere den Platz. 50k-Set. EA gönnt mal richtig. Und jetzt können wir natürlich gerne weitermachen mit den Team-of-the-Group-Sedge-Karten, die wir ziehen können. 3-2-1. Let's go. 83 plus. Mindestens am Start. Also komm. EA. Komm. Okay. Es sind nur Flammen. Es ist England. Es ist ZOM. Und wir haben 84er Foden. Hm. Hm. Ikani. Wir nehmen Bale. Wir nehmen Neto. Bailey. Immer ein paar 82er noch. Und der Rest kommt erst mal drauf auf die Transfer. Bailey. Lass mich wissen auf jeden Fall, was ihr in dem Pack drinne hattet. Damit machen wir vielleicht ein Upgrade mal schauen. Und damit rein zu Footpin. Let's go. So Freunde. Da sind die zwei neuen Piqué und Süle, die wir uns auf jeden Fall mal unter der Lupe natürlich anschauen. Und außerdem Hore Campus Set. Alles klar, Freunde. Hier also ein neues Set. Schaut es euch an. Wenn ihr Bock drauf habt, holt es euch. Ja. Wie gesagt. Die 50k Puzzle SPC. Nice. Mein Set hatte ich leider nicht gegönnt. Aber man kann ja nicht immer Glück haben. Und hier seht ihr schon. 87% Daumen hoch für einen Süle. 77% Daumen hoch für einen Piqué. Und ihr seht preislich. Die sind gleich ungefähr bei 130.000. Da werden sie sich wahrscheinlich einpendeln. Wahrscheinlich noch ein bisschen nach unten. Sie ist gerade erst rausgekommen. 120 würde ich jetzt mal einschätzen. Aber. Und das habe ich eben schon so versucht ein bisschen euch zu sagen damit. Die 84er Gradient Squad mit Inform. Sag ich jetzt mal. Dürftet ihr im Verein haben. Wenn dann reden wir über einen 86er Gradient Squad. Und man darf eines nicht vergessen. Wie gesagt. Wir haben jetzt noch die zwei Tage natürlich noch. Bis dann das Spiel auch ist. Zeit die SPC abzuschließen. So. Das heißt. Wir gucken mal rein. Und ich glaube da müssen wir tempomäßig überhaupt. Gar nichts sagen. 22 Tempo einfach oben drauf. Aber auch noch 9. Alter. Das ist Wahnsinn Freunde. Das ist Wahnsinn. 10 Dribbling Freunde. Und guckt euch das mal an. Plus 40 auf Balance. Plus 17 auf Agility. Oh mein Gott. 22 Ausdauer oben drauf. Das ist geisteskrank. Also die Innenverteidiger. Also die Innenverteidiger rasieren die komplett raus. Also die komplette Eskalation bei EA und Innenverteidiger. Da sind jetzt wirklich in allen Ligen Wahnsinn. Da ist jetzt wirklich in allen Ligen was Innenverteidiger angeht extra klasse. Bis zum Team of the Year auf jeden Fall am Start Freunde. Also Eda Militao. Diego Carlos schon mit 80 Pace am Start gewesen. Wahnsinn. Geisteskrank. Alaba. Der sich jetzt nach und nach immer mehr upgradet. Süle. Guck mal hier mal rein. In natürlich die Bundesliga. Und da müssen wir auch über den Boost gar nicht eigentlich reden. Plus 18 Pace. Auch hier Agility von Balance wieder komplett nach oben eskaliert. Gut, er kriegt ein bisschen weniger auf 5 und 4 was Physis und Dev angeht. Aber nichtsdestotrotz Shadow oder Encore drauf. Und das ist ein geistenkranker Innenverteidiger. 85 Ausdauer. Agility und Balance. Jetzt gucken wir hier nochmal rein wie es bei Piquet aussah. Das sieht grundsätzlich besser aus. Agility und Balance. Beides Riesen da vorne drin. Kopfbälle allein. Wenn ich an die denke Freunde. Geisteskrank. Also ich würde auf jeden Fall einfach mal beide mitnehmen. Weil unabhängig ob sie den Upgrade kriegen oder nicht. Sind sie einfach crazy. Sind sie einfach komplett verrückt. Showdown SBC die erste und direkt am ersten eskalieren das Ganze. Wir gucken mal rein in die Bundesliga. Und auf die jeweiligen Positionen. Und da haben wir natürlich mit Hummels einen der eben kein Pace hat. Aber Uber Meccano. Wir haben Tabsoba 82 Klostermann. Also der nächste Pacey Oxford aus den Objectives. Der nächste Pacey Innenverteidiger. Ist hier jetzt noch nicht gelistet. Guardiol der Innenformfreude. Ja. Akanji wie gesagt sage ich immer. Base Karte schon 81 Pace. Hinzab hier auch 80 Pace. Also Innenverteidiger und Bundesliga. Da ist jetzt wirklich die Auswahl. Ja die Qual der Wahl. Sozusagen. Also das ist tatsächlich komplette Luxus Orientierung. Die man da auf jeden Fall machen kann. Luxus. Was man da auswählen kann. Grundsätzlich können wir sagen. Definitiv. Daumen geht nach oben. Sowohl zu Jira Piqué als auch zu Niklas Süle. Dann auch eine nice 50 Karset SBC. Also Content mäßig können wir uns heute auf jeden Fall nicht beschweren. Ich bin gespannt was morgen rauskommt. Wenn ihr wieder mit dabei sein wollt. Dann könnt ihr eins tun. Gern die Glocke aktivieren. Hier gibt es euren Tägliche Dosis an FIFA 22 Content. Morgen wieder Mittag Upload. Freue ich drauf. Doppel Upload am Start. Und dann wieder zu frischen Leuten. 19 Uhr Content. Das soll es gewesen sein. Macht euch einen entspannenden Abend. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.